Staatlich Fachingen. Das Wasser. Seit 1742 präsentiert Ihnen. Liebe Zuschauer, seien Sie herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tischgespräch. Diesen atemberaubenden Blick hinter mir genießt man aus Hamburgs neuem Wahrzeichen der Elbphilharmonie. Und zwar der eigene Suite des Luxushotels West in Hamburg, das als Wohlfühloase und Ruhepol im geschäftigen Hafen konzipiert wurde. Heute begrüße ich den Weltmeister der Zauberkunst im Bereich der Mentalmagie, Christoph Kuch. Christoph Kuch wurde 1975 in Nürnberg geboren. Nach dem Abitur und seinem Highschool-Abschluss in Pennsylvania studierte er Betriebswirtschaftslehre. Seine wahre Leidenschaft gehörte jedoch schon seit frühester Kindheit der Zauberkunst, die er ständig trainierte und verfeinerte, bis er im Jahre 2011 deutscher Meister der Mentalmagie wurde. Nur ein Jahr später gewann er in diesem Segment im englischen Blackpool auch die Weltmeisterschaft und wurde von der Welt am Sonntag ganz offiziell als der beste Mentalmagier der Welt betitelt. Seine mittlerweile über 20-jährige Erfahrung auf internationalen Bühnen haben ihm Einblicke in das menschliche Verhalten gestattet, die er in Seminaren und Coachings weitergibt. Herzlich willkommen bei Tischgespräch, Christoph Kuch. Herr Kuch, schön, dass Sie da sind. Weltmeister der Mentalmagie. Herzlich willkommen. Dankeschön, dankeschön. Sehr schön hier, wunderbar. Ich freue mich, da zu sein. Ja, ist es das erste Mal in der Elbphilharmonie? In der Elbphilharmonie, ja. Ich war schon davor gestanden, weil ich bin großer Hamburg-Fan. Ich liebe Hamburg. Aber das erste Mal wirklich in der Elbphilharmonie. Was sagen Sie zum Panorama? Ein Wahnsinn. Ein Wahnsinn. Ganz toll. Genieße sehr. Das freut uns. Lieber Herr Kuch, es ist ja mit der Magie so wie mit der Musik. Ja. Man möchte ja gerne etwas hören, etwas sehen und erleben. Deswegen schlage ich vor, gleich zu Beginn geben Sie doch mal eine Visitenkarte ab. Wollen wir gleich loslegen? Ja. Okay, dann legen wir gleich los. Ich habe ja auch was für Sie. Und zwar ist das die aktuelle, oder der Feuilleton aus der aktuellen Frankfurter Allgemeinen. Ich teile die mal so in zwei Hälften. Nehmen Sie mal einfach eine Hälfte raus. Wie sehr? Okay, wollen Sie die? Oder die? Letzte Chance? Ja, ich bleibe bei. Okay, dann zerreißen Sie die wirklich mal in ganz kleine Schnipsel. Wirklich in ganz kleine Schnipsel zerreißen. Noch einmal durchreißen. Wann nochmal? Ja, reißen Sie einfach wirklich ganz grob einfach durchreißen. Richtig schön in kleine Schnipsel. Sie werden gleich sehen, wozu ich das brauche. Also so vielleicht. Ja, wunderbar. Einfach hier mal in diesen Netzbeutel rein. Weil ich möchte jetzt, dass Sie ganz intuitiv und ganz unterbewusst oder bewusst eine unterbewusste Entscheidung treffen. Das klingt jetzt natürlich total Quatsch. Das ist mein Metier. Greifen Sie mal, schließen Sie mal kurz die Augen. Greifen Sie rein. Nehmen Sie einen Schnipsel raus. Einen Schnipsel rausnehmen. Ganz egal, welchen Sie wollen. Ich will nichts überhaupt nicht. Ja, greifen Sie drin. Gehen Sie rein. Einen Schnipsel rausnehmen. Haben Sie einen? Moment. Äh, ja. Okay, nehmen Sie raus. Ja. Entscheiden Sie, dürfen wir die Augen öffnen. Entscheiden Sie sich mal für eine der beiden Seiten auf diesem Schnipsel. Und lesen Sie mir, Ralf, vielleicht auf dieser Seite die Hauptworte vor. Ich muss so lachen. Ich habe nicht wirklich die Wahl, weil hinten ist ein Foto. Recht. 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 Ich schreibe das hier mal auf. Gips. Moment. Recht. Dann haben wir. Gips. Sache. Sache. Wissen Sie, was das macht mich stutzig? Es sind drei Substantive. Exakt drei Worte brauchen wir ja. Das ist ja lustig. Wussten wir nicht, aber ich habe ja gesagt, dass Sie ganz bewusst eine unterbewusste Entscheidung treffen. Ja, genau. Weil diese drei Worte geben ja erstmal keinen Sinn für Sie, richtig? Nee, das stimmt. Okay, das wollen wir jetzt aber ändern. Wir haben hier ein T. Wir haben ein I. Wir haben ein S. C haben wir. Ach nein. Nein. Dann haben wir hier ein G. Ein E. Noch ein S. Ein P. Ein R. Ich halte das nicht aus. Ein A. Ein E für E. Und wir haben C. H. Für Gespräch. Kischgespräch. Ich freue mich, hier zu sein. Wie schön ist das denn? Vielen Dank. Also das ist Ihnen als Einstieg, aber mehr als gelungen. Lieber Herr Koch, eigentlich gehe ich immer ohne eine Erwartungshaltung in meine Dialoge. Aber bei einem Weltmeister der Mentalmagie hat man natürlich insgeheim die Hoffnung, dass er einen mitnimmt auf eine Reise ins Unerklärliche und dass man dadurch lernt, wie die Welt funktioniert. Können Sie das leisten? Zu erklären, wie die Welt funktioniert, würde ich ein bisschen hochgreifen. Aber natürlich ist es meine Aufgabe und mein Beruf auch, Leute in eine Welt zu entführen und zu verblüffen, wie sie es vielleicht noch nicht kannten. Ja, wie geht das? Ja, es ist wirklich eine Mischung aus Psychologie und Zauberei, die ich mache. Und diese Mentalmagie, also meine Sparte der Zauberkunst, ist einfach ein bisschen anders wie das, was Sie von Zauberkunst kennen. Beim Zaubertrick fragen Sie sich immer, wie funktioniert der? Und bei Mentalmagie ist eher die Frage, wo verläuft die Grenze? Die Grenze zwischen Psychologie und Zauberei. Und das ist aber immer mein Geheimnis. Und das nutze ich, um die Leute eben zu erstaunen, zu unterhalten und einfach von der normalen Welt ein bisschen abzuholen. Auf eine Weise stehen sich ja die Begriffe Mental und Magie ein wenig entgegen, weil man mit Mental Dinge wie Rational und Linear assoziiert. Und Magie steht für kreativ, staunen, emotional. Oder sind das alles Schubladen, die so gar nicht stimmen? So kann man es natürlich schon definieren. Es ist auch so, dass die Mentalmagie nicht von großen Kisten lebt. Sie ist sehr direkt. Das heißt, jemand denkt an ein Wort und ich versuche das eben zu empfangen. Jemand malt ein Bild und ich versuche das zu empfangen. Also relativ limitiert in der Präsentation auch, aber eben erstaunlich dadurch, dass es so limitiert ist. Und das ist auch dieses Mental, dieses Rationale. Wie kann es sein, dass der mit einem Buch, wo ich mir zum Beispiel ein Wort aussuche, dass der da draufkommt? Und das ist das, was die Mentalmagie so spannend macht. Und das funktioniert wirklich. Meistens. Sie hatten als Kind im Jahr 1980 ein Schlüsselerlebnis. Und deshalb wollten Sie unbedingt Zauberer werden. Mögen Sie das hier einmal zum Besten geben und erzählen? Da war ich fünf Jahre alt und damals gab es ja Stars in der Manege, also wo Prominente mit Künstlern oder Zirkusartisten was gezeigt haben. Und da hat Rainer Werner Fassbinder Hanna Schigula schweben lassen. Und ich habe tatsächlich nie mehr eine Aufzeichnung dieses Films gesehen. Aber das hat mich so fasziniert, dass ich mir sofort den Zauberkasten gewünscht habe und dann auch angefangen habe, Familie samt Hund dann damit zu beglücken mit meinen Kunststücken. Mit 16 haben Sie einen sehr besonderen Menschen, wie Sie sagten, getroffen und zwar Ihren Meister. Was verbirgt sich dahinter? Ja, das war natürlich die Zeit damals, wo es noch kein Internet gab. Heutzutage, wenn Sie schwebende Jungfrau zum Beispiel im Internet eingeben, dann finden Sie sofort 15 Bauanleitungen und drei Zauberhändler, wo Sie diese Kiste kaufen können. Zu meiner Zeit gab es das noch nicht und das war ein relativ eingegrenzter Kreis, der wusste, wo kann man sich Videos bestellen, Bücher und so weiter. Deswegen gab es damals diese, im Englischen würde man sagen Mentorship in der Zauberei, also diese Mentorenschaft, die ältere Zauberei übernommen haben. Und ich habe eben den damaligen deutschen Meister Wanner Fleischer im Zaubern kennengelernt und der hat mich unter seine Fittiche genommen und dann hatte ich drei Jahre Privatunterricht bei ihm. Und es hat sich eine sehr intensive Freundschaft daraus entwickelt und dann hat man natürlich auch die Bücher bekommen und die Videos und hat dann angefangen, wirklich auch das zu machen, was zu einem passt. Weil ich bin um Gottes Willen überhaupt nicht der mystische Zauberer, der mit einer Kerze auf der Bühne irgendwelche magischen Handbewegungen macht. Soll es so lustig sein, es soll Spaß machen. Das ist mein Ziel und da hat er mir sehr auf dem Weg geholfen. Weltmeister wird man nicht nur, wenn man die PIN, die geheime Geheimzahl eines Gegenübers aus den Gedanken lesen kann, sondern, das können ja nur die Allerwenigsten, wenn man auch noch etwas ganz Besonderes vollbracht hat. Und zwar haben Sie sich etwas ausgedacht, es geht um eine Tauchreise wirklich in die Tiefen, zu Musik von Céline Dion. Erzählen Sie doch mal, was Sie da vollbracht haben. Also bei der Weltmeisterschaft versucht man natürlich etwas ganz Außergewöhnliches zu zeigen, weil man wird von einer Jury bewertet und die kennen natürlich schon alles. Das heißt, man sucht sich eine interessante Geschichte aus und meine Geschichte war eben die Tauchreise zum Wrack der Titanic. Und deswegen kam auch die Musik von Céline Dion, über die ich mich dann auch so ein bisschen lustig mache. Und letztendlich ist es so, dass eine Zuschauerin an einen Namen unseres Tauchbootes denkt. Sie denkt an die Tiefe, wo wir zum ersten Mal die Titanic sehen und sie denkt an eine Jahreszahl auf der Münze, die wir finden auf unserer imaginären Reise. Und dann kommt sie auf die Bühne und ich habe dann in dem Buch, was ich dafür verwende, ist ein Briefumschlag drin. Den macht sie auf, der ist fest verschlossen. Da ist ein Brief drin und in dem Brief steht beschrieben der Name, den sie sich ausgesucht hat für unser Tauchboot. Da steht drin, die genaue Tauchtiefe auf den Meter genau und die Jahreszahl auf der Münze, die sie nur freigedacht hat, erscheint an einer Kette, die um einen Hals hängt. Das ist der Effekt gewesen. Tauchen war ja abseits der Zauberei ein Thema in Ihrem Leben, auch schon zuvor tauchen und schwimmen. Denn was die wenigsten wissen, ist, dass Sie auch Leistungsschwimmer waren, unter anderem auch in den USA. Woher kam die Leidenschaft fürs Wasser? Ja, also Wasser war schon immer ein Element, das mich total fasziniert hat, von Kindesbeinen an. Und irgendwie bin ich, ich weiß gar nicht, also ich weiß nicht, ob das mein Wunsch war. Ich glaube, wahrscheinlich Freunde waren im Schwimmkurs und dann habe ich gesagt, da will ich jetzt auch hin. Und dann hat es aber doch relativ schnell recht gut geklappt mit dem Schwimmen. Ich war Brustschwimmer, also ich bin viel Brust geschwommen und war dann ein Jahr in den USA. Habe da meinen Highschool-Abschluss drüben gemacht. In Pennsylvania, ne? Hershey, Pennsylvania. Und habe da eben auch geschwommen und da ist es ja natürlich nochmal ganz anders wie hier. Da ist es ja ein Teil der Schule. Das heißt, nach der Schule ist man dann in irgendeiner sportlichen Aktivität. Bei mir war es eben dann das Schwimmen. Und da sind wir teilweise dann wirklich 7.000 Meter am Tag geschwommen. Und dann ist man schon relativ fit dann auch, wenn man das dann gemacht hat. Und das war toll. Ja, wie hat Sie das Jahr in den USA geprägt? Ich sage mal, am meisten in meinem Leben hat mich wahrscheinlich dieses Jahr geprägt. Ich war 17 und mit 17 in der Phase, wo man noch gerade so nicht wirklich von zu Hause abgenabelt ist, in Land zu gehen und da völlig auf sich selbst gestellt zu sein. Gut, man hat eine Gastfamilie, in der man natürlich lebt, aber man spricht die Sprache nicht wirklich perfekt. Also man hat natürlich das Schulenglisch. Und man muss sich neue Leute suchen. Man muss auf Leute zugehen. Natürlich ist man erstmal der Exot, wenn man da in die Schule kommt. Ein Deutscher, ja, kriegt man natürlich auch die entsprechenden Fragen der Amerikaner gestellt. Also ob man Brokkoli schon mal gegessen hat oder solche Sachen. Also das passiert dann auch, aber es ist trotzdem, sich da durchzuwurschteln und da zu bestehen, das hat mich schon sehr geprägt, muss ich sagen. Es war ein tolles Jahr. 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 Und es war ein tolles Jahr. 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 Genau, genau. Und das wollen wir jetzt auch mal nachschauen. Die brauchen wir nicht mehr. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Karten zur Not. Es geht noch weiter. Hier steht, alle schwarzen Karten sind Kreuzkarten. Und auch das schauen wir jetzt mal nach. Das ist Kreuz, 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 Kreuz und das eine ist jetzt eine Pick, Pick 10. Aber ganz ehrlich, natürlich habe ich das auch gewusst, mit Ausnahme der Pick 10. Lieber Kuch, wir kommen jetzt zu unserer Rubrik Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Das ist ganz bewusst ein Bibelzitat. Hier kommen Themen zur Sprache, die sonst in den Medien nicht zu viel Gehör finden. Und Sie haben etwas ausgesucht, von dem ich glaube, dass noch kein Gast zuvor es ausgesucht hatte. Ja, das ist ein Thema, mit dem ich mich momentan sehr intensiv beschäftige. Weil ich schreibe gerade an meiner neuen Show, die im November eben Premiere hat. Und da geht es auch so ein bisschen um Phänomene, um Übersinnliches und Übermenschliches. Und in dieser Recherche bin ich eben auf ein Phänomen gestoßen, was ich total faszinierend finde. Und zwar ist das das Thema Savants. Also Menschen mit Inselbegabung. Rain Man kennt jeder. Aber das sind wirklich die wahren, echten, gehörnmäßigen Phänomene. Weil die haben ja wirklich eine Fähigkeit. Es gibt zum Beispiel, hat auch als Vorlage für Rain Man gedient, ein Amerikaner, der hieß Kim Peek. Er ist vor ein paar Jahren gestorben. Und der diente wirklich als Vorlage. Der war auch immer am Set dabei. Und Dustin Hoffman hat sich viel mit ihm beschäftigt. Und dieser Kim Peek war einer der wenigen Mega-Savants. Das heißt, der hatte nicht nur eine Inselbegabung, der hatte mehrere. Und ich finde das einfach total faszinierend. Der konnte die Buchseiten oder die Seiten eines Buches gleichzeitig lesen. Und brauchte dafür acht Sekunden. Der hat in den ersten 16 Monaten, also nach 16 Monaten, lesen gelernt in seinem Leben. Mit vier Jahren konnte er acht Lexika auswendig. Der kennt den Kalender der letzten 2000 Jahre. Der wusste alles, der konnte nichts vergessen. Und diese Savants, es ist ja häufig so, dass das mit Autismus einhergeht. Und Wissenschaftler wissen nicht genau, woher so eine Inselbegabung kommt. Und es gibt, wir haben ja im Gehirn ein Areal, das das Gewohnheitsgedächtnis ist. Das heißt, wenn Sie heute nach Hause fahren mit Ihrem Auto, Sie denken nicht mehr, ich muss jetzt schalten oder ich muss die Kuppel getreten und dann schalten. Das ist das Gewohnheitsgedächtnis. Und dass diese Areale im Gehirn bei Savants eben mit diesen Fähigkeiten, also Ihrer Inselbegabung, belegt sind. Und deswegen können die sich teilweise wirklich nicht die Schuhe binden, aber wissen die Quadratwurzel von 3.865.375. Und das ist wirklich ganz, ganz toll. Es gibt einen Engländer, Stephen Wiltshire heißt der, der fliegt über Rom, 45 Minuten, Helikopterflug über Rom, setzt sich dann hin an eine 5 Meter große Leinwand und malt jedes Haus, jedes Fenster, jeden Torbogen, detailgetreu nach, rein aus dem Gedächtnis. Bewundernswert. Wahnsinn, Wahnsinn. Es gibt ja auch ein sehr breites Spektrum. Und ich las auch mal von einem italienischen Mann, der hat auch ein Buch herausgegeben, er hat einen Verlag, der musste seinem Sohn auch die Schnürsenkel zu binden, weil er das alleine auch nicht konnte, aber sonst auch sehr begabt war. Spektrum ist, glaube ich, sehr groß. Ist sehr groß. Viele können mathematisch, viele können sich einfach geschichtliche Dinge merken. Und inwiefern wird das Teil Ihrer Show? Was hat es damit zu tun? Ja, dadurch, dass ich ja sage, ich vermittle ja den Anschein, übersinnliche Fähigkeiten zu demonstrieren und immer wieder sage, dass ich es aber nicht tue oder diese auch ad absurdum führe, so sage ich, das sind Savants, das sind die echten Übersinnlichen, die echten Phänomene. Savants von Französisch? Genau, die wissenden Savants. Und das sind die echten Übersinnlichen, die echten Leute mit Phänomenen, Fähigkeiten. Und dann mache ich aber genau das. Ich zeige auch ein Phänomen, das den Anschein erweckt, dass ich mir, also die Zahl Pi zum Beispiel, finde ich total faszinierend. Und ich behaupte dann eben in der Show, dass ich die ersten 10.000 Stellen von Pi auswendig könnte. Und zeigt dann eben auch so ein Phänomen, um den Leuten eben auch vor Augen zu halten, ich bin zwar kein Savant, aber ich versuche trotzdem, so etwas Ähnliches darzustellen, genau wie mit dem Übersinnlichen. Lieber Herr Kuch, vielen herzlichen Dank für dieses wirklich spannende Tischgespräch. Es war alles dabei, von aufschlussreich über rätselhaft bis hin zu unglaublich. Danke für dieses wunderbare Gespräch und vor allem auch für die Performances. Sie haben uns wirklich wieder das Staunen gelehrt. Das ist ganz, ganz wichtig in der heutigen Zeit, weil viele von uns sich ja allzu sehr in den virtuellen Realitäten verlieren. Richtig, richtig. Handgemacht, echt, das macht was Schönes. Insofern vielen herzlichen Dank dafür. Danke für die Erinnerung. Ganz viel Glück bei Ihren vielen spannenden Projekten. Ich freue mich auf ein Wiedersehen. Vielen Dank. Liebe Zuschauer, ich bin sehr zuversichtlich, dass es Ihnen in der letzten halben Stunde nicht langweilig wurde und freue mich auch auf ein Wiedersehen mit Ihnen beim nächsten Tischgespräch. Tschüss, bis dahin und bleiben Sie gesund. Präsentiert von Staatlich Fachingen. Das Wasser seit 1742. Das Wasser seit 1742. Musik Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018